Musik Musik Ja Leute, ich weiß gar nicht wo ich hier anfangen soll Musik 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 wer sich jetzt schon mal wundert. Nein, richtig erkannt, das ist keine Roadlight. Ich habe nämlich meine Roadlight noch nicht am Start, die ist am Montag geht zu Dom Performance, aber zum Glück habe ich ja meinen Horst von HW Bielefeld, der mir noch kurz hier die Streetguide zur Verfügung gestellt hat. Dankeschön nochmal an dieser Stelle. Der hat gestern Abend noch eine Kestek draufgeschmissen. Hajo, wenn du das siehst, ey, Alter, du bist echt der geilste Typ. Ja, absoluter Luxus hier mal wieder. Absoluter Luxus. Jetzt geht's los von Harley-Davidson-Viersen. Wir fahren jetzt nach Leverkusen und von da aus geht's weiter nach meiner Zagen. Ja, ich bin echt mal gespannt, wie der Salty rüberkommt. Es ist das erste Mal, dass ich nämlich diesen Helm aufhabe, Vollintegralhelm von Rürok, also da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, das kommt trotzdem alles so weit rüber. Wenn es nicht so ist, dann werde ich wieder auf meinen ganz normalen Helm umsteigen, den Jethelm, aber ich bin mir sicher, das passt trotzdem. Auf jeden Fall bestes Wetter. Gestern, heute Morgen hat es noch kurz ein bisschen geregnet, Paderborn, die Ecke, aber jetzt ist absolut geil. Absolut geiles Wetter. Es ist meine erste Tour überhaupt. Ich bin gestern das erste Mal wieder gefahren, seit Oktober letzten Jahres, aber zum Glück, es ist wie Fahrradfahren, man verliert es ja nicht. So Leute, jetzt gibt's hier kurz einen kleinen Stopp, wir fahren mit der Fähre. Da kommt ihr auch schon. Das hab ich auch noch nicht gemacht. Guckt euch das an hier. Cool. Ist das schön. Rainer, bis jetzt läuft es oder nicht? Warte was? Läuft es, ja. Läuft alles perfekt. So, und hier ist die Tanke, die berühmte Tanke. Hier fing mein allererstes Video an von der Magic Bike Week. Hier ist der ganze Spaß entstanden. Guckt mal, wie viele Leute hier stehen. Alter Schwede. Alter Schwede. Can't make a promise, but I do my best. 25 sitting on 25 racks. Just got started and we ain't done yet. By the new crib, that's a goddamn flex. That's a goddamn flex. Sign that check. Told them last year that I've been up next. Can't take calls, but I sent that text. From way downtown, but that shit's still wet. Yeah, that's the guarantee. King of the city, man ain't knowing that it's me. Ain't them here, still doing it with ease. Cause it ain't that hard when I'm talking about me. Me and my friends. Told them I get what I want. I need my money, I'm fine. So, jetzt geht's nach meiner Tagen. Ich hab nicht durchgezählt, sind auf jeden Fall einige Bikes. Da ist das Höhengerät. Boah, Junge. Stage 4. Boah, Junge. Das war's für heute. guckt euch daran wie viele wir sind es ist immer wieder geil sagst du den rheinland shoppern bescheid kannst du ein minimum von 20 mann ausgehen so leute wir sind angekommen jetzt fahren wir erst mal auf den flugplatz und jetzt geht gleich kann ich jetzt schon mal sagen richtig die luci ab ja ja Das war's für heute. So, wir sind angekommen. Gleich gucken wir uns mal ein paar Bikes an. Beziehungsweise auch ein paar richtige Karren. Das war's für heute. Ja Leute. Ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Das ist ein mega geiler Event. Das hat so Bock gemacht. Ich fahre jetzt mit Horst wieder nach Hause. Wir laden jetzt die Karre ein, weil bei uns sollte es wieder regnen. Ich bin gestern schon durch den Regen gefahren, als ich die Harley abgeholt habe. Heute Morgen schon wieder durch den Regen geknallt. Ich habe keinen Bock mehr. Aber ihr seht ja selber, was hier abgeht. Absolut krank. Jan, danke für diese Möglichkeit. Hat richtig Bock gemacht. So, Horst steht auch nochmal auf. Also Freunde. Ihr seht ja selber, was hier abgeht. Macht mega Bock. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Don Performance. Haut reinschauen. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018